Am Dienstagmittag wurde der Pieper hier in Dombien-Wallenmarkt überfallen. Nach ersten Erkenntnissen hat ein bis zwei Täter während dem Bezahlen die Kasse aus der Verankerung gerissen und sind weggerannt. Augenzeugen sagen, dass bis zu zwei Männer von Pieper Richtung Dombien-Innenstadt gerannt seien, von der Herannahme der Polizei aber noch in Sichtweite überwärtigt wurden. Die Kasse wurde auch aus einem nahen Feld geborgen. Auch die Polizei bestätigte, dass es zu Festnahmen kam.